So Leute, wenn es kommt, dann kommt es meistens dicke und ihr werdet nicht glauben, wer jetzt mal eben über eine Milliarde Dollar an Bitcoin auf den offenen Markt gedammt hat. Im heutigen Video werden wir uns darüber unterhalten, was wir jetzt in der Zukunft für Bitcoin erwarten können. Das Ding ist nämlich, wir befinden uns in diesem Moment an einem super kritischen Punkt, deshalb wollt ihr euch das Video auf jeden Fall vom Anfang bis zum Ende anschauen. Und damit willkommen zurück meine Freunde, mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Krypto-Videos und zeige euch, wie wir Geld machen können. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann abonniert den Kanal und vor allem aktiviert auch die Glocke und dann lasst uns auch direkt mal loslegen. Was man jetzt hier auf dem 4-Stunden-Chart sehen kann, ist eben nicht nur, dass wir hier mittlerweile durch die orange Schnellbox auf dem 4-Stunden-Chart nach unten durchgebrochen sind, sondern wir befinden uns momentan auch bei dieser orangen Linie. Ihr wisst ja, wir haben uns gestern darüber unterhalten, sollten wir durch die orange Schnellbox durchbrechen, dass wir hier Unterstützung finden. Und tatsächlich momentan in diesem Moment finden wir Unterstützung auf dieser orangen Linie. Das Wichtigste ist allerdings, dass wir auf dem Daily-Chart diese orange Schnellbox verloren haben. Ja, wir finden zwar momentan Unterstützung auf dem Daily-Chart bei der orangen Linie, aber es war zumindest schon mal kein gutes Zeichen, dass wir dieses Level bei 63.600, also diese orange Schnellbox, verloren haben. Jetzt sieht es relativ wahrscheinlich danach aus, als würden wir, nachdem wir Unterstützung bei 61.000 Dollar gefunden haben, Wenn wir das verlieren, dann wäre das nächste Level bei 59.000 und das richtig große Unterstützungslevel wäre bei ungefähr 58.000 Dollar. Das ist also das, was ich momentan für Bitcoin kurzfristig beobachte. Wenn wir uns auch mal die traditionellen Märkte dazu anschauen, dann wisst ihr, wir haben ja über dieses nach unten gerichtete Pattern gesprochen, wo wir diese Trendlinie hier unten haben. Und wir sind die ganze Zeit immer wieder von dieser Trendlinie nach oben gebounced. Aber was ich euch auch gesagt habe, war, wenn wir dieses Level verlieren, dann haben wir glücklicherweise die orange Linie hier unten, die auch noch einmal als richtig schöne Unterstützung dienen wird. Obwohl wir also dieses Level verloren haben, was normalerweise dazu führen würde, dass wir eine weitere größere Korrektur nach unten hätten. Aber dadurch, dass wir die orange Linie bei 5051 gehabt haben, haben wir einen schönen Bounce gesehen. Das ist also schon mal gut. Aber nochmal, wir müssen dieses Level halten. Wenn wir das aus irgendeinem Grund nicht halten können, dann wäre das nächstes Unterstützungslevel bei 4.955 bei den traditionellen Märkten. Das würde dann also bedeuten, dass wir ja tatsächlich bei den Preisen sind, die wir damals Anfang Februar gehabt haben. Also sollten wir dieses Level verlieren. Wir behalten das also ganz, ganz, ganz genau im Auge. Vor allem alles, was momentan auch am Nahen Osten passiert und natürlich auch die Inflationssachen. Weil auch die Inflation wird wieder zu einem Problem und da werden wir uns gleich nochmal ein bisschen drüber unterhalten. Aber erstmal möchte ich euch noch einen letzten Chart zeigen und zwar bei der totalen Kryptomarktkapitalisierung. Was wir hier nämlich sehen können, ist, dass wir an einem ganz, ganz wichtigen Level sind. Schaut mal, das Level, an dem wir uns gerade befinden, das hat schon ganz, ganz oft als Widerstand fungiert und auch als Unterstützung. Hier an dieser Stelle, da war es einmal ein richtig großer Widerstand. Dann sind wir nach oben gegangen. Wir hatten etwas Unterstützung. Man darf nämlich nicht vergessen, dass es auf dem Wochenchart ist. Wir sind bei zwei Kerzen unterstützt worden. Dann sind wir nach unten durchgebrochen. Hier an dieser Stelle, da haben wir auch ein ganz wichtiges Level gehabt. Hier war es ganz wichtig. Und auch hier kann man sehen, dass wir in diesem Moment als Unterstützung hier oben gehalten werden. Sollten wir dieses Level auf der totalen Kryptomarktkapitalisierung verlieren, dann kann ich oder können wir alle erwarten, dass wir möglicherweise bis hier unten zu 1,6 gehen werden, was auch ein ganz großes Unterstützungslevel sein wird. Das wäre ein Drop von, also bei der totalen Kryptomarktkapitalisierung von 24%. Und dadurch, dass das die totale Kryptomarktkapitalisierung ist, dann würde das bedeuten, dass höchstwahrscheinlich Altcoins mehr verlieren werden als Bitcoin. Jetzt will ich hier auch keine Angst verbreiten oder sowas. Also ich will auch nochmal ganz klar dazu sagen, dass ich nicht verkaufe, weil obwohl es natürlich ganz klar momentan starke Volatilität gibt, wozu es auch guten Grund gibt, wir haben die Situation im Nahen Osten, wir haben die Inflationsdaten, über die wir uns gleich nochmal unterhalten werden. Und natürlich haben wir auch noch in weniger als zwei Tagen das Bitcoin-Hiving. Alle diese Sachen in Kombination, die führen natürlich dazu, dass wir momentan extrem starke Volatilität haben. Und ich bin zufrieden mit meinen Bitcoin, die ich habe. Ich bin überzeugt, dass wir in ein paar Monaten, in einem Jahr, in mehreren Jahren, dass wir da auf jeden Fall höhere Preise haben werden. Deshalb, ich verkaufe zu diesem Zeitpunkt nicht. Ich bin bereit zu kaufen, sollten wir noch weiter nach unten gehen. Ja, klar, ich werde den Dip kaufen, aber auf gar keinen Fall werde ich jetzt verkaufen. Zumindest sieht so meine Strategie aus. Klar, jeder muss für sich selber entscheiden, was er machen möchte, aber ich persönlich habe zumindest keine Angst vor großer Volatilität, kurzfristiger Volatilität. Ich kann das aushalten, das entspricht meinem eigenen Risikoprofil. Ich bin in der Lage dazu, mit kurzfristigen Korrekturen nach unten umzugehen und sehe die einfach als gute Gelegenheit. Aber nochmal, das ist meine Strategie. Jeder muss seine eigene Strategie machen. Okay, und jetzt lasst uns mal mit der Inflation weitermachen. Das Ding ist nämlich, es wird berichtet, dass die chinesische Zentralbank ein Treffen mit dem Vorsitzenden der Fed haben wird. Warum? Weil die Fed, wie ihr mittlerweile wissen solltet, in den letzten Tagen erklärt hat, dass sie die Zinssätze länger und weiter oben halten werden. Die wollen erstmal schauen, wie sich die Inflation weiterentwickelt. Und jetzt sehen wir, dass die anderen Zentralbanken, die ihre Volkswirtschaften bereits jetzt stimulieren und Geld drucken, die machen sich Sorgen. Das Ding ist nämlich, wenn die USA weiter den Dollar stärken wird und ihre Geldpolitik weiter ziemlich restriktiv haben, dann wird das natürlich dazu führen, dass die anderen Länder, naja, was sollen die machen? Die können nicht mitziehen, weil die müssen dann aufhören, Geld zu drucken. Die müssen dann aufhören, ihre Volkswirtschaften zu stimulieren. Und deshalb sehen wir, dass die anderen Zentralbanken hier ein kleines bisschen in Panik geraten sind. Die versuchen also, etwas Druck auf die Fed auszuüben, damit die auch ihre Zinsen senken. Außerdem, Japan, auch hier bereiten sich Trader auf Schlüsselwerte vor, weil die Interventionsrisiken steigen. Weil die Bank of America und andere Institutionen einfach einen stärkeren Dollar vorhersagen. Japan, China, andere Zentralbanken, die geraten momentan in Panik und die denken darüber nach, was sie machen können, aber vor allem versuchen sie, noch mehr die Fed zu beeinflussen, damit sie die Zinsen dann doch oder früher lockern werden. Okay, wer ist jetzt der eigentliche Gewinner hier? Wer kauft eigentlich Bitcoin bei diesen ganzen Preisdampfs, die wir momentan haben? Wenn man sich mal die Exchanges anschaut, tatsächlich haben wir hier die höchsten Abhebungen seit Januar 2023. Es gibt also gerade jetzt bei diesen niedrigen Preisen erhebliche Mengen an Akkumulierung. Viele Leute kaufen Bitcoin, was absolut schön zu sehen ist. Dann eine andere Sache, die ich euch zeigen wollte, ist ein möglicher Grund, warum wir in der letzten Zeit so stark gedammt sind. Das Ding ist nämlich, wie viele von euch wissen oder vielleicht auch nicht, Binance hat einen Safe Fund. Und für alle, die das nicht wissen, was das ist, das ist etwas, was von Binance in der Vergangenheit eingerichtet wurde, um sich eben davor zu schützen oder um Kunden davor zu schützen, falls Binance irgendwann mal Geld verlieren sollte. Damit Kunden kein Geld verlieren, haben sie diesen Safe Fund eingerichtet. Der ist eine Milliarde Dollar groß. Das bedeutet, falls sie aus irgendeinem Grund Kundengeldeinwert von einer Milliarde Dollar verlieren, haben die diesen Fonds, um das dann irgendwie wieder auszugleichen. Ist so gesehen ein Notfallfund. Früher war der in Stablecoins, in BNB, in anderen Kryptos, auch in Bitcoin. Ich glaube, in erster Linie war der sogar in Bitcoin von all den Kryptos, die sie gehabt haben. Was die jetzt allerdings kürzlich gesagt haben, ist, dass sie alles, alle diese Kryptos in USDC umgewandelt haben. Okay, das bedeutet, wenn man sich mal die Adresse anschaut, kann man sehen, ja, tatsächlich halten die in diesem Safe Fund eine Milliarde Dollar in USDC. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, wann diese ganzen USDC zu der Walletien zugefügt wurden. Vor 30 Tagen gab es kleinere Badges, aber ja, das waren jetzt gerade mal 50 Millionen Dollar. Dann gab es allerdings vor vier Stunden ein richtig fettes Paket, und zwar im Wert von 800 Millionen Dollar. Nehmen wir einfach mal logischerweise an, dass sie diese Kryptowährung irgendwann zwischen den letzten 30 Tagen und vor vier Stunden verkauft haben. Macht ja Sinn, weil sie das auf die Wallet transferiert haben. Das bedeutet, dass sie also innerhalb dieses Zeitraums eine ganze Menge BNB verkauft haben und vor allem eine ganze Menge Bitcoin gegen USDC in den letzten 30 Tagen. Das bedeutet, also wenn wir mal schauen, die letzten 30 Tage, das wäre ungefähr vom 18. Also, naja, da waren wir hier bei 70.000 Dollar. Da haben sie angefangen zu verkaufen. Jetzt sind wir bei ungefähr 60.000 Dollar. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, ob das vielleicht ein Faktor gewesen ist, der dazu beigetragen hat, dass der Preis von Bitcoin nach unten gegangen ist, weil Binance verkauft hat. Und möglicherweise schon im Großen und Ganzen ist es allerdings einfach interessant zu sehen, warum sie auch alle ihre BNB und alle ihre Bitcoin in den USDC konvertieren. Sind die vielleicht der Meinung, dass wir gewisse Volatilität sehen und die wollen das Abwärtsrisiko absichern? Vielleicht wissen die etwas, was wir jetzt nicht wissen, aber zumindest ist es mal interessant zu sehen, dass sie alle Kryptowährungen im Safer Fund in Stablecoins umgewandelt haben. Wir behalten das also auf jeden Fall weiter im Auge. Eine andere Sache, die man im Auge behalten sollte, ist, ob sie jetzt schon damit fertig sind oder nicht, weil wir wissen natürlich, dass sie ihre BNB und ihre Bitcoin und USDC umgewandelt haben. Wir können allerdings auch sehen, dass der Binance-Suffer Fund auch noch weitere 16.277 Bitcoin auf die Hot Wallet übertragen haben. 16.277 Bitcoin auf die Binance Hot Wallet. Ist das jetzt nur für den laufenden Betrieb, für Menschen, die Bitcoin abziehen möchten oder wollen die möglicherweise auch noch diese Bitcoin verkaufen? Zu diesem Zeitpunkt wissen wir das natürlich nicht, aber es ist definitiv eine Sache, die man im Auge behalten sollte, was hier momentan mit Binance los ist. Ich hoffe einfach mal, dass wir jetzt in der Zukunft bezüglich dieser Transaktion von diesen 16.277 irgendeine Bestätigung von Binance bekommen können, irgendeine Klärung, ob das verkauft werden soll, ob das nicht verkauft werden soll. wäre auf jeden Fall meiner Meinung nach eine gute Sache, anstatt dass das hier einfach als Ich-Faktor im Raum steht. Aber da müssen wir natürlich einmal abwarten. Und wenn wir uns jetzt auch noch einmal ein paar On-Chain-Daten anschauen, oder nee, Quatsch, ist nicht On-Chain, aber ist es ein Chart. Und hier geht es jetzt auf jeden Fall darum, wie sich die Performance von Bitcoin im Hinblick auf das Halving entwickelt hat im Vergleich zu den anderen Halvings. Normalerweise in den vergangenen Jahren, in 2017 und auch in 2021, sobald wir das Halving gehabt haben, und das ist typischerweise die Performance, die wir nach dem Halving haben, das Blaue und das Rote, da gehen wir nach oben. Vorher allerdings können wir sehen, dass wir diesem ganzen Verlauf eigentlich ziemlich, ziemlich ähnlich folgen. Die große Frage ist jetzt allerdings, okay, wir haben einen Beweis dafür, dass wir eine ziemlich ähnliche Preisbewegung haben. Klar, wir haben ein paar Swings nach oben und unten, aber generell kann man sehen, die Preisbewegung ist relativ ähnlich zum Halving hin. Und die Frage ist nur, wird sich die Performance auch weiterhin nach dem Halving so entwickeln wird? Lasst mich mal im Kommentarbereich wissen, was ihr denkt. Das Halving ist auf jeden Fall gerade mal noch zwei Tage entfernt. Das wird also mega, mega interessant sein, zu sehen, wie sich das entwickeln wird. Also mega, mega spannend. Im Großen und Ganzen war es das auch noch für das heutige Video, wie immer. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid und wir sehen uns dann im nächsten Video.